warum heißt der style weihnachts swing vermutlich weil da das christkind dabei ist hallo zusammen auf der suche nach einem wunderschönen ruhigen swing bin ich zufällig auf den weihnachts swing gestoßen in der gruppe film spezial warum heißt der style weihnachts swing vermutlich weil da das christkind dabei ist und das suche ich mir jetzt einmal raus das finde ich nämlich auf dieser spur auf der percussions spur da hört man die rentierglocken und das bringt man einfach mit weihnachten in verbindung diese spur schalte ich einfach aus und auch die beiden pianos das klingt doch schon ganz angenehm zum spielen mein vorschlag bei dem weihnachts swing einfach das christkind kurz einmal rausnehmen das schalten wir dann ab 1. dezember ab der adventszeit natürlich wieder zu und hier eine kleine hörprobe so Musik 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 Musik